Moin moin Freunde und damit begrüße ich euch ganz ganz herzlich zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Ja, wir sind hier in F1 2020 und widmen uns nun, nachdem wir uns in der vergangenen abgelaufenen Woche uns mal dem Gameplay gewidmet haben, nun der großen oder beziehungsweise größten Neuerung in F1 2020, nämlich dem My Team Modus. Ja, mein Name ist Malte, ich begrüße euch ganz sehr auf diesem Kanal, falls ihr neu seid. Wenn ihr es seid, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr diese Serie hier feiert und uns weiter verfolgen wollt, wenn ihr euch hier einmal abonnieren und die nette Glocke drücken würdet, vielleicht jetzt nur noch einen kleinen Like-Button, fände ich schon mal ganz nett. Auf jeden Fall schauen wir uns das nämlich jetzt ab hier, ab heute an, es wird das nächste große Bild auf diesem Kanal werden, das uns planmäßig auf jeden Fall wieder so 40, 50, 60 Folgen lang hier verfolgen soll, ähnlich wie es in der letzten abgelaufenen Saison war mit dem klassischen Karrieremodus damals noch. Und jetzt heißt es tatsächlich eine neue Art von Karrieremodus. Was erwartet uns denn hier bei My Team? Ja, wie das schon übersetzt heißt, My Team gleich Mein Team, bedeutet das ganz einfach, dass wir jetzt nicht nur in die Rolle des Fahrers schlüpfen können, sondern tatsächlich auch in die eines Rennstallleiters, also quasi das Management mit dem Fahrerischen so richtig verbunden kriegen, unser eigenes Team gründen dürfen. Ja, und dafür sind wir jetzt gerade hier in, wie ihr sehen könnt, bereits der Team-Übersicht, ja, und können jetzt hier dementsprechend gleich anfangen, ein paar Sachen auszuwählen. Zunächst einmal eins vorweg, ja, wenn ihr Interesse habt, euch das Spiel vielleicht zuzulegen, ihr selber sagt, es ist doch ganz nett, können wir doch ganz gerne machen, dann guckt mal in die Beschreibung hinein, ich werde euch nochmal das Game dazu dann passend verlinken, wünsche euch auf jeden Fall dann viel Spaß beim Düsen. Wir, wie gesagt, kümmern uns jetzt tatsächlich um die Erstellung eines eigenen Teams. Ansonsten kann ich nochmal Werbung machen, nochmal an dieser Stelle auch nochmal für Twitch, bevor es hier losgeht, nämlich auf Twitch ist der gute Tobi am Start, der hat sich den ganzen Modus auch schon einmal angenommen und, ja, wird, denke ich, da auch in den nächsten paar Wochen immer mal wieder das ein oder andere Rennen fahren und mal wieder ein bisschen was dazu zeigen. Ebenfalls ist geplant, dass demnächst ich und mit, also ich, Mo und der gute Tobi, beziehungsweise Esel nennt sich immer zuerst, also Tobi, Mo und ich, ja, uns nochmal hinsetzen werden und demnächst nochmal zu dritt eine kleine Challenge machen werden, beziehungsweise vielleicht einen kleinen Livestream machen werden, dass ihr da schon mal ein bisschen Bescheid weiß, dass das auf jeden Fall kommen wird. Ich denke mal, ja, doch wenn diese Folge rauskommt, dürfte das noch nicht passiert sein, das müsste dann noch kommen und, ja, dass ihr da auf jeden Fall vielleicht auch mit am Start seid, wird bestimmt eine lustige Runde zu dritt und, ja, genau, alles Weitere folgt dann aber noch, als das Ankündigung dahingehend angeht. So, kümmern wir uns jetzt also darum, wie gesagt, wo wir hier sind. Ich habe unseren Charakter schon erstellt, unseren neuen Charakter, der uns jetzt in der nächsten Zeit verfolgen wird und, ähm, den wir jetzt hier begleiten werden und ich habe da jetzt, ähm, wie gesagt, die ganze Geschichte schon bestätigt. Ich wollte jetzt eigentlich dann zurück, um ihn euch nochmal fortzuführen. Ging jetzt leider so nicht, muss ich dementsprechend jetzt also so aus dem FF heraus machen. Ja, unser neuer Charakter, ihr seht ihn jetzt hier, ist der gute Georg Gärtner. Ja, ähm, wer auf diesem Kanal hier schon länger unterwegs ist, der weiß, ich verfolge ein schönes Buchstabenprozedere. Jeden Charakter, den wir entwerfen, ist mit einer Alliteration, äh, gemacht worden aus einem Buchstaben. Wir gehen im Alphabet nach durch, damals angefangen mit Adam Ahrenfeld, sind wir jetzt nun mittlerweile, was Formel 1 dann angeht, bei G angelandet und sind jetzt hier bei Georg Gärtner. Ja, Georg Gärtner ist ein etwas mittlerweile schon älterer Fahrer, war tatsächlich nicht mehr der Allerjüngste, der sich jetzt hier aber tatsächlich ransetzt. Ein, ja, mehrfacher Multimillionär, der sich jetzt ransetzt und seinen Traum vollendet, jetzt einmal in seinem Leben Formel 1 zu fahren, tatsächlich dort einzusteigen. Hat sein Leben lang, ja, ähm, ein Unternehmen geleitet, was im Rennsport zu tun hat oder mit dem Rennsport so verbunden ist einigermaßen. Nämlich, er war tatsächlich, ja, jahrelang, ähm, Händler für Sportwagen, beziehungsweise hat dort mehrere Läden, besitzt dort mehrere, ja, Verkaufsstellen für Luxuskarossen und Edelsportwagen und dementsprechend, ja, war sozusagen der Sprung dann in dieses Renngebiet nicht besonders weit für ihn. Ja, hat sich jetzt dann nun mit Ende 30, äh, Ende 20, Anfang 30, so muss es richtig, und nicht älter machen, als er ist, hat er sich jetzt hier seinen Traum erfüllt, seinen eigenen Rennstall hier nochmal aufzumachen auf seine alten Tage hin, hat sich, wie gesagt, jetzt eine Menge Schotter verdient, kann machen jetzt, worauf er Lust hat, den gesamten Lebensabend genießen, hat sich gedacht, ja, komm, wenn, dann erfüllst du jetzt nochmal deinen Kindheitstraum und schmeißt hier tatsächlich nochmal einen Rennstall auf. Und ja, dementsprechend werden wir den guten Herrn da jetzt begleiten, mal gucken, wie das so ist, wenn ein Amateur quasi sich dann nochmal in die Formel 1 reinschmeißt, jetzt ohne die ganz, ganz große Rennenerfahrung, aber, wie gesagt, mit viel Verstand für Autos und, ähm, viel Verstand auch für den Rennsport, weiß da einiges Bescheid, wie gesagt, war halt jetzt die letzten 10 Jahre lang, 10, 15 Jahre sein Metier, hat sich dort auch hochgearbeitet, vom einfachen kleinen Verkäufer beim lokalen Autohändler hoch zu seinen eigenen Läden und dann, wie gesagt, in diesen Luxusbereich hineingestoßen und, ja, hat sich dort jetzt durchaus ein goldenes Näschen verdient, um es mal so auszudrücken, wie gesagt, also das wird jetzt der Kollege sein, den wir begleiten. Und nun, äh, sollen wir als nächstes zu den Teamdetails weiter fortfahren, das machen wir jetzt auch mal eben mit der Enter-Taste. Fangen wir mit etwas Einfachem an. Wie möchtest du dein Team nennen? So, wie möchten wir unser Team nennen? Da habe ich tatsächlich den goldenen Vorschlag von Mo damals bekommen. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ähm, wir gucken mal, ob das überhaupt reinpasst. Das ist jetzt die Frage, ob ich da jetzt vielleicht noch ein bisschen Abquetscher machen muss. Aber ich möchte das ganz gerne Malte Mo Motor Waysing nennen. Ja, das geht. Sehr schön. Malte Mo Motor Waysing. Also, das wird dann dementsprechend der neue Rennstall sein. Ich, äh, ja, bedanke mich nochmal bei Mo für diesen genialen Einfall. Also, das Ding wird's. Jetzt brauchen wir unbedingt ein festes Einkommen. Also müssen wir uns einen Primärsponsor suchen. Gut, und weiter geht's dann dementsprechend mit dem Sponsorentum. Auch wenn der gute Herr Gärtenar jetzt hier ja doch über den ein oder anderen Euro verfügt, lässt sich natürlich ein Formel 1-Team schwerlich ohne Sponsoren auf die Beine stellen. Also wollen wir mal gucken, was wir dort jetzt hier so haben. Unser Primärsponsor wird dem Team im Voraus einen Vertragsabschlussbonus zahlen, den wir brauchen, um unsere ersten Investitionen zu finanzieren. Außerdem zahlen sie uns ein wertvolles wöchentliches Einkommen. Jeder Sponsor hat ein bestimmtes Ziel, das unser Team erreichen muss. Wenn wir das schaffen, erhalten wir von unserem Sponsor zusätzlich einen Zielbonus. Heißt also, wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Es gibt einen direkten Startbonus, das ist der Unterzeichnungsbonus, ganz unten zu sehen. Wir kriegen einen Zielbonus, wenn wir ein Saisonziel abschließen, oder das Ziel von so einem Sponsor. Ihr seht's dann hier drüber geschrieben, und hier im Detail nochmal drunter. Und wir kriegen ein wöchentliches Einkommen zur Verfügung gestellt. Also das sind sozusagen dann die drei Zahlungen, die man uns quasi pro Sponsor gewährt. Und wie sehr haben wir hier einige zur Auswahl. Heißt, ich werde mich jetzt mal ganz kurz eben hinsetzen, um mal zu gucken, was so das Realistische für uns wäre. Ja, und ich habe mich jetzt entschieden, nachdem ich mir das alles ein wenig zu müde geführt habe, ja, wird sich der gute Georg Gärtner für die Kollegen von TriStar entscheiden. Also der Drei-Sterne-Laden hier vorne, der uns jetzt hier folgendes anbietet. Ein Unterzeichnungsbonus von 4,6 Millionen Dollar. Ein Zielbonus von ungefähr 4 Millionen Dollar. Für was? Richtig. Ihr seht es hier, schließe als Team während einer Saison zweimal unter den besten 10 ab. Das heißt, ich oder der Teamkollege, also Georg oder der Teamkollege, müssen zweimal in der Saison punkten gehen. Ich denke, auf eine Gesamtsaison betrachtet müsste es sein, müsste es machbar sein. Da werden schon irgendwelche Rennen krude genug laufen, dass wir es schaffen, zweimal zu punkten. Dafür gibt es dann nochmal einen Zielbonus von ungefähr 4 Millionen Euro. Und dazu erhalten wir eine wöchentliche Summe von ungefähr 225.000 Dollar. Ich denke, das ist in Ordnung. Das werden wir anwählen. Also TriStar jetzt dann der Hauptsponsor von Malte Mo Motorway Sync. Großartig. Jetzt hast du ein Budget, mit dem du arbeiten kannst. Als nächstes brauchen wir einen Vertrag mit einem Motorenhersteller. Ohne Triebwerk kann unser Wagen nun mal schlecht fahren. Ja gut, da hat er tatsächlich recht freilich. Wir gucken dann also. Großartig. Jetzt hast du ein Budget, mit dem du arbeiten kannst. Als nächstes brauchen wir einen Vertrag mit einem Motorenhersteller. Ohne Triebwerk kann unser Wagen nun mal schlecht fahren. Ja, genau. Was wir jetzt hier für Möglichkeiten haben. Wir haben vier Motorenhersteller. Momentan in der Formel 1 aktiv. Honda, Renault, Mercedes und Ferrari. Wo wir uns dann jeweils halt einen Motor raussuchen können, dürfen. Wie auch immer. Und wir müssen das natürlich gucken. Der Vertragskosten, ihr seht es, der Motor, der kostet uns natürlich auch was. Das ist natürlich jetzt nicht billig. Wir sehen also, wir haben jetzt hier die Unterschiede zwischen Honda und Renault. In der Performance nicht groß, aber dafür hat es immerhin drei mehr Strapazierfähigkeit. Der Unterschied aber in der Performance dann zwischen Renault und Mercedes kann ich schon ein bisschen sehen lassen. Der absolute Top-Motor ist der nun mal von Ferrari. Zumindest hier noch. Wir sehen momentan Realität. Könnte das sein, dass der Motor da etwas, ja, in seiner Leistung gesunken ist, um es mal so auszudrücken. Aber gut, die Saison ist darauf frisch. Ich komme quasi gerade nach dem Österreich Grand Prix Teil 1 jetzt hierher und nehme die Folge auf. Aber wie gesagt, ja, der Mercedes-Motor und der Ferrari-Motor sind die beiden stärksten im Feld. Und ich denke, zwischen den beiden wird es sich auch entscheiden. Weil wir brauchen schon ein bisschen Performance. Und ich würde sagen, lass uns tatsächlich, wir haben uns auch mit 4,6 Minuten einen relativ dicken Bonus gesichert. Dass wir tatsächlich vielleicht sogar auf den dicksten Motor im Felde gehen können. Ich denke, also gute Motorisierung. Wir erinnern uns noch aus dem letzten Teil, aus dem letzten F1 Teil, so um es richtig, 2019 noch. Mit dem Williams. Da hat uns der große Williams-Motor, der gute Williams-Motor, hat uns damals auch vieles gerettet. Und dementsprechend sage ich, ein guter Motor ist schon echt die halbe Miete. Und ich würde ganz gerne dann auch hierzu neigen, zumal er auch sehr wenig Ausfallrate hat. 97 Prozent, da müsste man eigentlich durch die Saison kommen, ohne auch nur einen einzigen Ausfall zu haben. Von daher würde ich sagen, nehmen wir das Ding doch einfach mal mit. Ja, bleibt dann jetzt also noch als nächstes nur noch festzuhalten, wer denn jetzt unser Co-Kollege wird. Und wie ihr sehen könnt, sind das natürlich keine Formel-1-Fahrer, Freunde. So gut und so krass sind wir jetzt natürlich hier nicht unterwegs. Sondern hier geht es tatsächlich jetzt um unseren Teamkollegen. Und der Teamkollege, den wir hier rauswählen müssen, ist natürlich einer der F2-Fahrer. Und so wie ich das gerade sehe, sag mal, wie viel Geld haben wir noch übrig? Geht das überhaupt, dass wir den Mercedes-Motor nehmen können? Also der billigste Fahrer, äh, Mercedes-Ferrari-Motor nehmen können? Ich glaube gar nicht mal, ne? Großartig. Jetzt hast du ein Budget mit dem Auto-1-Fahrer. Ja, gut, das passt natürlich jetzt nicht. Als nächstes brauchen wir eine... Äh, shit, das kriegen wir nicht hin. Das kriegen wir so nicht hin. Das hätten wir hier jetzt so schön vorgestellt. Okay, also selbst mit dem schlechtesten Fahrer, den wir auswählen können, klappt das nicht. Heißt, wir müssen jetzt dementsprechend... So, zack. ...desen Motorenhersteller und diesen Teamkollegen können wir uns leisten. Wenn du zufrieden bist, kannst du bestätigen. Ne, das bestätige ich natürlich noch nicht. Also, leider geht es ein bisschen mit dem Motor, leider ein bisschen runter. Also, Ferrari-Motor ist nicht, Mercedes-Motor ist das Maximum, was geht. Heißt, ich kann jetzt aber tatsächlich noch meinen Fahrer anpassen. Auf eine Million dürfen wir unseren Fahrer tatsächlich noch bringen. Heißt, wir schauen mal, wem wir dann jetzt so für eine Million kriegen. Das hier sind die Fahrer, die an unserem Team interessiert sind. Überprüf ihre Werte und such dir jemanden aus, der gute Resultate liefern könnte. Und den wir uns auch leisten können. Hm. Und die Verträge werden alle paar Rennen erneuert. Das heißt, wenn nötig, haben wir genug Gelegenheiten, jemand anderen unter Vertrag zu nehmen. Das ist jetzt hochgreif interessant. Also, wir haben drei Leute, die jetzt für mich in Frage kommen. Das sind einmal Giuliano Alesi, der gute Kollege aus Frankreich, ist hier am Start. Wir haben den mit einer Gesamtwertung von 61. 28 Erfahrung, 59 Rennkunst. Uha. Und die anderen beiden ist aber schon schwierig. Das kann ich, glaube ich, nicht lesen. Ich weiß nicht, was das Bild soll. Aber auf jeden Fall hier die Gesamtwertung von 61. Wir haben den Sohn natürlich von Legende, Freunde. Michael Schumacher, nämlich Mick Schumacher hier am Start. Und wir haben Tatjana Calderon mit am Stüssel. Tatsächlich eine Frau hier mit dabei. Und jetzt bin ich doch schon am hin und her überlegen, wen wir denn nehmen. Also, ich sag mal, Alesi fällt raus. Alesi fällt raus, weil, also wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen einem guten Fahrer, dann fällt meine Wahl definitiv eher auf Mick Schumacher als auf Alesi. Und jetzt ist die Frage, wen von beiden nehmen wir hier? Warum habe ich die Tatjana mit reingewählt, obwohl sie schlechter ist, Freunde? Weil, also ich fände tatsächlich die Idee, dass man eine Frau in der Formel 1 fährt, auch sehr interessant. Also wirklich schon sehr reizvoll und würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie das so ist, wenn tatsächlich mal eine Frau mit am Start ist, mal eine Frau mit im Feld fährt. Ja, jetzt ist tatsächlich die Frage, wen von beiden nehmen wir denn? Ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Ich glaube, viele Freunde von euch da draußen würden wahrscheinlich Mick Schumacher wählen. Ich glaube, viele Karrieren werden auch Mick Schumacher wählen. Es passt so gut im deutschen Raum, dass du das dir entgehen lassen würdest. Deswegen werden wir, glaube ich, Freunde, es anders machen. Wir machen es tatsächlich anders. Wir werden jetzt mit Calderon die erste Frau seit auf jeden Fall sehr langer Zeit. Ich weiß, es gab mal eine Frau in der Formel 1. Das war irgendwann, glaube ich, in den 70ern gewesen. Lang ist es her. Die war auch nicht besonders erfolgreich, glaube ich. Aber ja, ich glaube, wir werden es tatsächlich versuchen, doch mal die Frauen, das weibliche Geschlecht hier doch irgendwie mit reinzuwerfen in den Formel 1 Ring. Und dementsprechend also die Kolumbianerin, ist doch Kolumbien, ne? Ich glaube, ja, Kolumbien, sehe keine Sterne, dementsprechend kein Venezuela. Also die Kolumbianerin Tatjana Calderon wird also unsere Teamkollegin bei Malte Moe Waysink. Ja, diesen Motorenhersteller und diese Teamkollegin können wir uns leisten. Wenn du zufrieden bist, kannst du bestätigen. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Als nächstes wählen wir die Lackierung aus, die wir in dieser Saison verwenden. Wenn wir im Laufe des Jahres mehr Sponsorenverträge kriegen, können wir weitere Namen hinzufügen. Und keine Sorge, im Hauptquartier kannst du unseren Look jederzeit ändern. Ja, dann geht es jetzt als nächstes also darum, sich um die Kiste, um die Karre zu kümmern. Das heißt, ich würde sagen, ich werde mich jetzt da einmal flink dran setzen und mal schauen, was ich für euch so zaubern kann. Ja, Freunde, und das soll er dann also werden, unsere neue F1-Kiste. Ich habe lange hin und her überlegt, was für Teamfarben wir wählen können, was wirklich so möglich ist. Ich habe lange überlegt, was für Farben es momentan in der Formel 1 gibt und was es so noch lückenmäßig da ist. Und ja, mir ist aufgefallen, dadurch, dass jetzt Renault tatsächlich einen neuen Ansatz hat, ist doch dieses helle Gelb gar nicht mal mehr so vertreten. Und das habe ich mir gedacht, ich bin ja doch ein sehr großer Fan der Farbe Gold. Mag ich ganz gerne, könnte man vielleicht daran erkennen, dass ich etwas Schmuck trage. Ja, auf jeden Fall bin ich mit Gold immer ganz gut d'accord. Ich dachte jetzt so, Gold und diese geilen schwarzen Streifen, so Freunde, das hat dann noch so ein bisschen was leicht Rallyhaftes noch mit am Start, wo ich natürlich auch immer ein bisschen hinterher bin, ein bisschen Fan von bin. Und ich finde, also diese Art der Lackierung passt schon sehr gut und ich freue mich auf jeden Fall darüber. Doch, die Karre ist mir ganz gut gelungen, damit bin ich zufrieden. Die können wir so auswählen. So, dann wählen wir die hier. Darf ich abbrechen? So, was haben wir jetzt hier? Das war jetzt dann, jetzt der nächste Schritt gibt es das Team Abzeichen. Ach Gott, jetzt muss ich noch mal in die Design- und Kreationsabteilung gehen. So, können wir tatsächlich auch anscheinend ja ein neues erstellen. Okay, und ich bin wieder gefragt, das kann ja ein paar Sekunden dauern. So, Logo ist gefunden, das habe ich jetzt tatsächlich uns zurecht gebastelt nochmal. Also, das schöne R natürlich für das Racing, für die Malte Motor Racing Abteilung. Es gab leider kein M, ich hätte lieber ein M genommen, aber gut, wenn es nur ein R gibt, dann arbeite ich mit dem R. Aber gehalten dann so ein bisschen in einer sehr dunklen Art von unserer Kanalfarbe, habe ich mir gedacht. Ich halte es ein bisschen dunkler, weil ein grelles Rot würde nicht so gut zu dem Gold passen. Deswegen habe ich da tatsächlich ein wenig runtergegangen auf ein dunkles, so mehr Bordeaux-Rot. Und jetzt als nächstes kommen noch die Teamfarben, die wir noch bestimmen müssen. Das heißt also, hier dürfen wir dann dementsprechend nochmal unsere Teamfarbe setzen. Da werden die Anzüge dann dementsprechend auch so ausgestattet. Das heißt also, ich werde mal gucken, dass ich jetzt irgendwie noch ein bisschen Ordnung in die Teamfarben reinbringe, dass die Anzüge da hinten auch noch passend aussehen. So, die Teamfarben sind jetzt auch gefunden. Ich habe mich da jetzt mal an der Lackierungsfarbe mal einfach orientiert. Ich habe kurz überlegt, ob ich das irgendwie vermischt kriege, doch vielleicht mit dem Rot noch mit bei, aber das sah dann doch irgendwie alles da nicht so gut aus. Es ging tatsächlich nicht um die Anzüge, sondern doch um die Streifen hier im Hintergrund zu sehen. Sind Hicks, aber dementsprechend wird unsere Crew dann demnächst ausgestattet sein. Wir gucken uns das erstmal für eine Saison lang halt an und wenn mir das dann am Ende doch irgendwie zu malig ist, dann können wir es ja Richtung zweiter Saison dann später noch umstellen. Von daher passt das so weiter. Da gibt es ja noch immer Konstellationsmöglichkeiten, noch ein bisschen was dran zu tun. Gut, dementsprechend haben wir es, denke ich, alle Voreinstellungen getroffen und können dann nun endlich weitergehen Richtung, ja, Spielhauptquartier, was auch immer da jetzt kommen mag. Ach Gott, erstmal die Streckenlänge auswählen. Ja, genau, das ist ja tatsächlich eine neue Sache noch hier im F1 2020. Natürlich aufgrund von Corona ist natürlich auch die Formel 1, gab es da ja Rennstreichungen. Hier kann man tatsächlich gucken, dass man dann die für sich passende Rennstreichungen dann quasi nachspielt. Wir werden aber tatsächlich die ganze Geschichte ohne Rennstreichen angehen, sondern halt doch die volle Saison über 22 Strecken fahren, die wir so im Rennkalender mit haben. Natürlich dann auch mit den neuen Strecken mit eben Holland, Niederlande, ihr seht es an Platz 5 und Vietnam Hanoi auf Rang 3, beziehungsweise beim dritten Mal. Da werden wir das Ganze hier nochmal so mitnehmen. So, dann haben wir jetzt hier noch wieder so Geschichten, sonstige Geschichten, wie es aussieht. Training wird ein kurzes Training 30-30 sein, zumindest das, was man hier mir jetzt erstmal anzeigt. Ja, ich muss nochmal schauen, wie wird die Geschichte jetzt hier genau angehen werden. Ich kann es euch nicht nur präsentiert sagen, also Qualifying wird auf jeden Fall komplett sein. Das kann ich auch schon mal so mitgeben, also Qualifying wird komplett. Trainingslänge sagt dann mit kurz, Einführungsrunde will ich erstmal grundsätzlich nicht haben. Renndistanz, wir werden mal versuchen, weiß nicht, kann ich mal versuchen, tatsächlich über 50% die Rennen zu ziehen, weil das ist mir in der letzten Karriere halt aufgefallen, wenn du halt ein 25% Rennen machst, das passt halt zwar relativ gut an meinen Zeitplan, hat aber den Nachteil, dass du nicht die ganz großen Strategiedinger kriegst, wenn ihr wisst, was ich meine. Also, letzte Saison, du konntest dir halt viel mit Undercuts verhelfen und wenn die Streckenlinge es doch mal nicht hergab, dann bist du halt mal länger draußen geblieben. So, und das war eigentlich so nur die groben zwei Möglichkeiten und ich denke, 50% Rennen müssen es schon sein. Das andere wäre ja 100%, ja, 50% Rennen müssen es schon sein eigentlich in dieser Saison, damit wir mal so ein bisschen strategische Abwechslung reinkriegen. Und zumal ich befürchte, wenn unser Team, so wie ich davon ausgehe, als schlechtestes Team an den Start gehen wird, wir das auch durchaus gebrauchen können, dass wir da, ja, so ein wenig mehr Distanz reinkriegen und dementsprechend ein bisschen mehr Möglichkeiten für strategische Geschichten. Und ja, ich werde jetzt einfach mal versuchen, mit euch über die 50% die Renndistanz zu gehen. So, Schwierigkeitsgrad ist jetzt eine große Frage. Ich bin damals ja reingestartet im ersten Video, wisst mit 95, 95 waren wir doch zu viel gewesen. Wir werden es jetzt erst mal probieren am Anfang der Saison mit 90. Ich kann euch aber noch nichts versprechen, kann durchaus auch sein, dass ich da vielleicht noch was drehen muss. Das werde ich dann ja merken, je nachdem, wie auch wir performancetechnisch dann abhängig wir agieren. Ich denke, ich werde dann mal so alle drei, vier Rennen das Ganze einmal checken, also wie früher quasi Vertragsverhandlungen gelegt waren. Ungefähr in dem Rhythmus würde ich nochmal den Schwierigkeitsgrad dann quasi checken, ob das alles so in Ordnung ist und ob wir da halt irgendwie gegenregulieren müssen, nachziehen oder ein bisschen die Züge locker lassen müssen. Ja, wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie ich damit erst mal so klarkomme. Wie gesagt, früher bin ich 95 gefahren im 2019er und 95 lief dann zu gut sogar. Da hätte ich noch ein bisschen hochdrehen müssen, zurück um 98. Jetzt bin ich 95 gestartet und 95 ging gar nicht und dementsprechend will ich mich erst mal reduzieren auf 90 und dann gucken wir, wie gesagt, wo wir es anpassen. Ist halt immer auch Schwierigkeitsstufe Meister, von daher, also ich denke mal, damit kann man schon noch leben. So, genau das ist zum Groben. Dann geht es weiter mit den Gameplay-Einstellungen, dass ihr Bescheid wisst. Also Rückblenden sind natürlich an, alleine schon, wenn man sich irgendwelche Replays einspielen muss für euch. Dann geht das halt nicht ohne, dass ich eine Rückblende habe. Dann kann ich euch nicht zeigen, wie gesagt, so was ich letztens ein bisschen eingefügt habe. So, wenn da irgendwelche Duelle sind oder irgendwas Spannendes passiert ist, irgendwelche Ausfälle, dass ich da mal kurz drauf schauen kann. Es gibt jetzt natürlich neuerdings auch in F1 2020 die tolle Option, dass die KI-Fahrer tatsächlich von selbst aus mal Feder machen können und dementsprechend selber mal anfangen, ein bisschen Bockmiss zu bauen. Jetzt nicht zu viel, sodass du wieder denkst, ach nee, das geht wieder gar nicht, sondern tatsächlich in einem ordentlichen Rahmen und dementsprechend werden wir das einmal so mitnehmen und natürlich dann auch hier die Rückblenden dafür mit Beibeidenpark. Vermeeregeln sind natürlich an, Autoschaden machen wir auf komplett. Safety Car wird auch erstmal angesetzt. Regeln und Flaggen bleiben dementsprechend natürlich auch an. Reguläre Strenge bei Kurven schneiden ist unterstützt. Rennbeginn machen wir manuell, da möchte ich ganz gerne keine Hilfe haben. Und die Simulation, ihr seht jetzt Oberfläche, Innenfläche ist natürlich klar, bleibt an. Wir können Fahrwechsel ein- und ausstellen, lassen wir natürlich auch an, beziehungsweise können wir sogar gar nicht anders abändern. So, genau, passt soweit hier. Ja, und hier seht ihr nochmal ganz kurz meine Fahrhilfen im groben Überblick. Ich benutze keinen Bremsassistenten, ich benutze ABS. ABS, ich fahre tatsächlich gänzlich, Freunde. Ich fahre gänzlich ohne Traktionskontrolle. Ich weiß nicht, wie da draußen immer, ich weiß, einige von euch fahren dann, viele fahren mit, es gibt auch welche, die fahren oft mittel, aber ich gehöre tatsächlich zur knallharten Fraktion. Und das hat mich auch zwischendurch schon mal Kopf und Kragen gekostet. Wir mögen zum Beispiel an Kanada letztes Saison erinnern, noch ein 19er Teil. Das kann ja schon mal Kopf und Kragen kosten, wenn man ohne Traktionskontrolle hier rumdüst. Aber, ja, hier haben wir es tatsächlich, also keine Traktionskontrolle. Ideallinie nehme ich nur ein Kurvenmitgetriebe, lasse ich dafür aber Automatik. Boxenstop-Assistent ist auch ein, weil das sind tatsächlich die einzigen Pausen, die ich innerhalb eines Rennens habe, um nochmal taktisch das Rennen mit euch eben ganz schnell durchzugehen, während dieses 3 Sekunden Boxenstop, zwischendurch vielleicht auch mal was trinken oder so, das ist tatsächlich die beste Möglichkeit, die ich habe. ERS lasse ich auch ein. Ich hätte es diese Saison ganz gerne eigentlich selber ausprobiert, mit das ERS zu handeln, aber ich habe jetzt bei anderen Karriere-Youtubern gesehen, ah, 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 gar nicht geil. Also, wirklich nicht schön, weil, ähm, die haben jetzt das ERS-System umgestellt, von den 5 Stufen haben sie jetzt modifiziert, dass sie das mit so einem Überhol-Button arbeiten muss und da kommen ganz, ganz viele nicht drauf klar und ich hätte mir jetzt vielleicht diese Saison mal versucht, mit dem ERS normal zu arrangieren, aber so gar nicht. Aber natürlich DRS und Benzin, ja, das lege ich natürlich in meinen eigenen Händen, das machen wir natürlich so. Genau, so soll das dann ausschauen, kann ich dann jetzt hier irgendwie weiter. Session starten, ach ja, da oben. So, und dann gehen wir jetzt also in unser Team-Hauptquartier und können uns jetzt hier einmal dann umsehen, was es hier so gibt. Ach, die Presse, ach, die gibt es natürlich auch. Formel 1-Fahrer halten viel Aufmerksamkeit in den Medien und dein Umgang mit der Presse kann sich mehrere Aspekte auswirken. Interviews können abhängig von dem Vorkommnis in der Leistung in der Session eines Rennwochen stattfinden. Okay, die Kunst der Diplomatie. Wie du Interview-Fragen beantwortest, kann sich auf die Moral deiner F&R-Ampfeilung, die Motivation deines Teamkollegen, das ist neu, und deine Anerkennung auswirken. Auch Anerkennung kennen wir nicht, aber das mit F&R-Ampfeilung, das kennen wir bis hier noch. Habe die Presse auf deiner Seite. Achte sorgfältig auf deine Antwort und verweigerst du eine Antwort, kann die Presse verärgert sein, was dazu führt, dass man in Zukunft unangenehmere Fragen stellen wird. Und die Team-Ausrichtung. Mein Team könnte deine Antworten noch, bevor du auf die Strecke raus hast, Ausdrückung darauf haben, worauf dein Team ausgerichtet sein wird. Manche der Antworten im Interview zur Saisonvorbereitung treiben deine Forschung im bestimmten F&R-Bereich voran. Also wähle damit bedacht. Okay, und Mediencoaching. Jetzt geht es richtig los. Der Mediencoaching-Bonus kann über den Vertragsbildschirm im Hauptquartier erworben werden. Dieser Bonus schaltet die Antworten frei, die dich aus einer schwierigen Frage herausholen, ohne größere Auswegung auf deine Anerkennung oder dein Team haben können. Drei Stufen dieses Bonuses können freigeschaltet werden. Ey, da machen sie doch mal richtig schön, was deine Interviews sind. Ich bin begeistert. Stark. Oh, Cutscene. Und los geht's in fünf, vier, drei. Hallo zusammen und Grüße aus dem Hauptquartier des neuesten Teams in der Formel 1. Heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der möglicherweise aufsehenerregendsten Teilnahme in der Formel 1 seit vielen Jahren. In den letzten zehn Jahren gab es immer wieder viele neue Teams in der Formel 1, darunter Manor, Catrim, HRT und natürlich Haas. Einige davon waren erfolgreich, einige sind mit anderen Teams verschmolzen und manche sind komplett verschwunden. Was allerdings diesen Rennstall von den anderen unterscheidet, ist, dass der Besitzer auch selbst der Fahrer ist. Das gab es in der Geschichte der Formel 1 zwar schon öfter. Sir Jack Brabham, John Surtees, Graham Hill und Bruce McLaren saßen alle am Lenkrad ihrer eigenen Wagen, aber heutzutage ist so etwas wirklich extrem selten. Und eine weitere Besonderheit ist, dass nicht nur das Team zum ersten Mal in der Formel 1 an den Start geht, sondern auch sein Fahrer und Besitzer. Egal, was in dieser Saison passiert, Sie haben jetzt schon Geschichte geschrieben. Es ist allerdings eine Mammutaufgabe, ein Formel 1-Team zu leiten und auch dafür zu fahren. Fühlen Sie sich dem gewachsen? Äh, boah. Ich muss zugeben, es war bisher arte Arbeit und das wird auch noch bleiben, aber ich hätte diese Rolle nicht übernommen, wenn ich nicht an mich und mein Team glauben würde. Leichte Aufgaben sind es nicht wertbewältigt, wenn ich liebe für die Herausforderungen wie diese. Es geht nicht nur um mich, sondern um mein Team. Es hat meine 100% Unterstützung und wir sind zusammen unaufhaltsam. Äh, boah. Ja, wenn ich nicht an mich und mein Team glauben würde, hätte ich es gesagt. Jedes Team braucht bekanntlich zwei Fahrer, aber was genau hat Ihren Teamkollegen für Sie attraktiv gemacht? Äh, persönliche Stärken passen zu einem Team. Man kann Statistiken sehen, wozu er fähig ist. Ich finde, er hat, also in diesem Fall, sie hat ein gewaltiges Potenzial. Ich wollte jemanden, der gut zum Team passt. Meine Nummer 2 versteht das und weiß die Gelegenheit zu schätzen. Alles klar. Es war nicht leicht, jemanden dazu zu bringen, beim brandneuen Team zu unterschreiben. Und ich bin froh, dass ich mal... Nee, also es muss entweder das obere oder das rechte sein. Ähm, ich glaube schon, in diesem Fall sind... Also, ich weiß nicht, persönliche Stärken, dass die Weibli ist, keine persönliche Stärke, aber die Statistiken waren ja auch noch in Ordnung, aber war ja auch nicht überragend. Ja, komm, die persönlichen Stärken nehmen wir das mal so. Ich hoffe, das nimmt man mir jetzt nicht zu krumm. Niemand landet gerne am unteren Ende der Tabelle. Welches Team würden Sie gerne schlagen? Ich glaube, wir werden uns in der Saison ein paar knappe Rennen mit Williams liefern. Alpha taucht dann groß... Oh, nee, 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 nee. Mars wirkt der Saison sehr stark. Ich glaube, sie haben das gewisse Etwas. Wir haben nichts als den größten Respekt vor Alpha, aber auch auf Strecke werden wir uns nicht zurückgehalten. Ähm, ich befürchte, da wir als wirklich absolut Grottenteam an den Start gehen, ist, äh, ja, Williams unser direkter Konkurrent, ohne den zu nah treten zu wollen. Was glauben Sie, wie der Wagen sich auf der Strecke anfühlen wird? Äh, boah. Eines unserer Hauptziele war es, dafür zu sagen, dass wir waren so gut wie wir reagiert, dass wir uns den Kurven vorderverschaffen, Traktion, ja, wir werden mal gucken, dass wir die Traktion am Kurvenausgang maximieren. Das könnte mir vielleicht tatsächlich fahrermäßig entgegenkommen, wenn ihr versteht, was ich meine. Die Aero-Abteilung wird das bemerken, okay. Die anderen Teams haben alle jahrelange Erfahrung, sowohl auf als auch abseits der Strecke. Wie planen Sie, diesen Vorsprung auszugleichen? Äh, Kreibstofflast, Treibstoffeffizienz, unser Triebwerk wird uns dabei helfen. Heutzutage sind die Mordern deutlich komplexer, aber ERS-Systeme sind wir auf mehreren und möglichen Neuen gekommen. Äh, mit neuen Leuten, neuen Perspektiven kann man Möglichkeiten finden. Wir haben den Luftwiderstand. Ne, komm, wir gehen hier. Ich weiß, wie gesagt, schon dadurch, dass ich die ein oder anderen schon zugeguckt habe, dass ERS wirklich ein großes Thema in dieser Saison ist und dementsprechend werde ich mal gucken, dass wir das darüber regeln. Überholen ist bei diesem Sport sehr wichtig. Wie haben Sie sichergestellt, dass Sie mit Ihrem Wagen jede Chance, die sich Ihnen bietet, nutzen können? Äh, boah. Zum Überholen braucht man Motorleistung oder mit ausgebenen Stresszeiten können wir Gridstrafen und Fehlfunktionen vermeiden? Ich glaube, wir gehen jetzt mal auf Strapazierfähigkeit. Und zu guter Letzt, auf welche Ihrer neuen Abteilungen sind Sie am stolzesten? Hm. Komm, dann nehmen wir wirklich nochmal hier auch die Strapazierfähigkeitsabteilung. So, mehr Zeit haben wir leider nicht. Ich kann es schon gar nicht mehr erwarten, Sie alle wiederzusehen und zu sehen, wie sich dieses neue Team bei seinem ersten Grand Prix schlagen wird. Und Schnitt. Wow, das war tatsächlich mal eine intense Pressekonferenz. Das muss man ja ganz klar so callen. Also, damit würde ich jetzt nicht gerechnet, dass die jetzt wirklich hier so richtig mal ausholen. Du hast genau auf den Punkt gebracht, woran unser Team gearbeitet hat. Wenn du Zeit hast, solltest du dir den F&E-Baum ansehen, um unseren aktuellen Fortschritt zu überprüfen und nachzusehen, wo es unserer Meinung nach noch Raum für Verbesserungen gibt. Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich einen Rundgang im Hauptquartier machen und dir den Zustand des Teams ansehen. Boah, und jetzt kommen wir also dann tatsächlich endlich in unser Hauptquartier hinein. Stand der Dinge. Hier siehst du deinen Kontostand deines Teams, deine Sponsorenzahlen, der einen in festen Wöchern Betrag, genau, das kennen wir ja schon. Ressourcenverwaltung, Ressourcenpunkte, das Auto zu verbessern, ja gut, das ist F&E, klar. Anerkennung. Jetzt wird es tatsächlich neu, Freunde. Dies ist die Anerkennung deines Teams. Wenn sie wächst, erhöhen sich auch deine Sponsorengelder. Ach so, okay. Quasi ein bisschen Prestige hier. Für viele erfolgreichsten Fahrer würde es nicht in Frage kommen, für ein kaum anerkanntes Team zu fahren. Also zeig allen auf der Strecke, was du drauf hast, bevor du sie kontaktierst. Also das ist wichtig. Das ist tatsächlich der Ruf, Freunde. Der Ruf ist wichtig. Und dann sind wir tatsächlich jetzt officially hier. Ich fass das nicht. Wir sind officially da, also jetzt in unserer Base angekommen. Jetzt müssen wir uns tatsächlich noch wirklich mal ein bisschen umsehen. Das wird auch alles nicht ganz so einfach werden. Ihr müsst mir verzeihen, wenn ich jetzt auf Anhieb auch nicht alles sofort hier irgendwie auf die Kette kriege und verstehe, was hier was kann und was was ist. Aber ich werde mir hier doch Mühe geben. Ich denke, wir können uns mal gemeinsam da nochmal reinwurschteln. Ich weiß nicht, wann ich jetzt hier, also theoretisch können wir jetzt folgendmäßig zwar einen Cut setzen, aber das wäre fies, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns zumindest hier nochmal um und versuchen die ganze Geschichte hier zu verstehen und bringen das tatsächlich nochmal rein. Also für ein Rennen muss ich euch leider enttäuschen, wird es heute nicht mehr reichen. Dafür ist das einfach zu viel. Dafür werden wir jetzt zu krass erschlagen. Aber zumindest so für das Grobe können wir uns denke ich hier nochmal einfinden. Also was haben wir jetzt hier? Wir haben oben, ihr seht es, ein paar Obermenüs, Übersicht, Einrichtung, FE, Fahrzeug, Firma, Rangliste. Gucken wir uns gleich an und die Untermühle, Weite, Aktivitäten, Nachrichten. Ich würde sagen, wir gucken erstmal ganz kurz, bevor wir noch die weitermachen und uns erstmal um. Gehen wir auf Aktivitäten. Und genau darum geht es hier. Mit einer effizienten Zeitanteilung kannst du die Leistung des Teams maximieren. Zur Leitung des Teams gehört die Zeitanteilung abseits der Strecke zu planen. Oh Gott, wir müssen uns so Kalender durchplanen, ey. Also alle jetzt, die nochmal früher unterwegs waren, ich glaube, das Overlay so ein bisschen, das erinnert mich so ein klein wenig, Freunde, jetzt aber nicht viel, aber ein klein wenig erinnert mich das so an den Ratsport-Simulator. Wer von euch das gesehen hat, die Folgen auf jeden Fall, Grüße gehen raus an dieser Stelle. War offenbar ein sehr geiles, interessantes LP, auch ganz, lief auch sehr, sehr lange damals, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber auf jeden Fall erinnert mich das gerade so ein bisschen dran. So, zur Leitung des Teams gehört die Zeitanteilung abseits der Strecke zu planen. Bei Teamaktivitäten kannst du verschiedene Veranstaltungen abseits der Rennen von Ende festlegen. Diese Aktivitäten verschaffen dir verschiedene Belohnungen wie Geld oder Anerkennung. Also lohnt sich auf jeden Fall nachzunehmen und welche gucken, ob du welche unterbringen kannst. Okay, Kalender gibt es das hier und es gibt das Ganze automatisch füllen. Um die besten Belohnungen zu halten, solltest du so viel Freizeit wie möglich mit Aktivitäten überlegen. Wenn du die Zeit schnell ausfüllen willst, hast du natürlich die Möglichkeit, automatisch das Ding auszufüllen. Darum werden wir uns natürlich dann manuell kümmern, wenn es denn dann soweit ist, beziehungsweise wir können das eigentlich, können wir das jetzt schon machen. Sekunde, Aktivität zuweisen. Tatsächlich können wir jetzt schon machen. Okay, und hier sehen wir dann die Aufgaben, die wir haben und hier sehen wir auch die Tage, die wir auch haben bis zur Rennstart. Gucken wir mal rein, was haben wir denn jetzt hier? Pressetour, das bringt 500 Anerkennung für den Fahrer oder so. Hier sehen wir es, dann kostet uns noch ein bisschen Geld. Wir haben Warenverkauf, das würde uns 500.000 bringen. Das wäre nochmal richtig fette Kohle. Wir können eine Werbekampagne einführen, das würde uns 500 Anerkennung fürs Team bringen. Wir können einen Trainingslager für den Fahrer setzen und das gibt uns noch 250 Ressourcenpunkte. Triebwerk und Strapazierfähigkeit, Spezialgebiet, dann können wir 50% mehr Moral für Antrieb und Strapazierfähigkeit minus 15% für Aerodynamik und Chassis oder umgekehrtes Prinzip. Puh. Also ich persönlich bin ein ganz großer Fan von eigentlich Triebwerk, Strapazierfähigkeit sind immer auch die ersten Dinge, die ich angehe, wenn wir einen neuen Wagen basteln. Das liegt mir persönlich immer eigentlich so am Herzen, dass der Antrieb und Strapazierfähigkeit sitzen. Auch 500 Ressourcenpunkte finde ich recht krass. Der Mali ist natürlich deftig für Aerodynamik und Chassis, aber da können wir dann quasi in den nächsten paar Wochen wenig tun. Ah, weiß nicht. Oder sollen wir doch auf das Fahrerlager gehen? Dann haben wir wenigstens keinen Malus irgendwo. Ah, aber das bringt auch noch mal wirklich 500 Ressourcenpunkte. Das könnte schon echt Gold wert sein. Ich glaube, wir werden tatsächlich doch den Schwerpunkt auf Triebwerk und Strapazierfähigkeit legen kommt. Das wäre jetzt ein ganz dicker Block sein. Und die letzten zwei Tage können wir das noch irgendwie nutzen. Ne, gibt es sonst nichts, womit wir das nutzen könnten. Ach so, okay. Abbrechen. Können wir mal ganz kurz die Aktivität. Wenn ich jetzt da schaue, dass ich da aus einem Siebetagesding, dann könnte ich, ich könnte aber auch zwei, zwei, ich könnte auch zwei Fünfer machen. Das wäre halt auch krass. Bestreichen das mal. Das würde mir zwei Fünfer machen. Komm, wir machen vielleicht mal zwei Fünfer, das vielleicht besser machen. Trainingslager dann für den Fahrer. Dann haben wir jetzt hier eins, zwei, drei, vier, nee, das passt nicht. okay, Entschuldige, nee, sorry, Stichwort zurück, wir gehen doch darauf, so sorry. Ich sehe da oben gerade 14, ich hätte auch mal oben lesen können, da steht es nämlich auch. Hätte mir die ganze Geschichte etwas erleichtert. So, wir haben viele neue Nachrichten. Dein Karriere-Postfach. Von der Arbeitsplatz aus hast du Zugriff auf dein Postfach. Dies ist ein Hauptkommunikationsmittel, klar, über dein Team und andere, während der gesamten Karriere mit uns kommunizieren werden. Bleibt informiert. Nachrichten, oh, es gibt sogar tatsächlich Nachrichten. Mann, die haben so viel geändert hier. Richtig, richtig stark, Freunde, richtig geil. Macht auf jeden Fall Spaß. Macht auf jeden Fall Spaß an dieser Stelle. Kann man nochmal so callen. Genau, also kriegen jetzt hier dann die ganzen Updates reingeschmissen und da haben wir jetzt den Duft eines Neuwagens. Die Innenrichter sind letzte Woche mit dem Pausenraum fertig geworden und Ruth hat gesagt, dass die Servers alle on sein müssen. Das heißt, wir sind offiziell startklar. Willkommen auf der Bühne der Stars. Ich freue mich schon darauf, Teil der Geschichte dieses Teams zu werden. Es wäre gut, entweder dich oder Tatjana möglichst bald ins Volator zu haben, damit die Einblickungsarbeit losgehen kann. Du weißt ja selbst, dass unser Wagen und unsere Einrichtungen noch ziemlich unausgereift wirken. Ja, gut. Du solltest dir angewöhnen, immer einen Blick zu haben, was du als nächstes verbessern willst und darin zu investieren, sobald es möglich ist. Die Hauptgebiete, in die wir investieren können, sind unsere Einrichtung, das Gehalt uns zweiten Fahrers. Deine Fahrer Boni. Unser Einkommen von den Sponsoren erhalten wir jede Woche. Wenn wir Zielaufgaben erfüllen, kriegen wir dann dementsprechend noch was Bonusmäßiges. Ja, Ziel ist in Betracht. Grüße, Karl. Alles klar. Und dann haben wir zum Schluss noch Informatikabteilung, Systemzugriff. Andersgesamte Team, vielen Dank für Ihre Geduld während der kürzlichen Unterbrechung. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Probleme mit dem internen Netzwerk gelöst wurden und Sie jetzt unentsprechend Zugriff auf die für Ihre Position unter den Systemen haben sollten. Sollten Sie weiterhin Probleme mit der Netzwerkfreigabe haben, bitte wenden Sie an die Informatikabteilung. Mit freundlichen Grüßen, Ruth Kowalczyk. Kowalczyk müsste das, glaube ich, sein. Wenn ich mal richtig zugehört habe. IT-Direktor. Direktorin. Ich merke das schon, wir haben eine gute Frauenquote hier. Doch das war tatsächlich keine so schlechte Idee. So, dann haben wir den Nachrichtensektor schon abgearbeitet. Dann geht es weiter. Jetzt müssen wir unsere Einrichtungen begutachten und sehen, was sie bewirken. Aua. Du kannst auch Firmengelder in diese Einrichtungen investieren, um sie zu verbessern. Okay, wir können dann dementsprechend gucken, also wir haben wöchentliche Betriebskosten momentan von 30.000. 30.000 haben wir Fixkosten. Wir kriegen pro Woche 225.000, das heißt, wir haben momentan hier ein Plus. Wir können dementsprechend hier was für Aktivitätsplanung, Marketing können wir reinbuttern. Wir können in die Strapazierfähigkeit reinbuttern, in die Triebwerke. Oha, hier können wir also überall reinbuttern. Ich verstehe schon. Personal, Simulator, Fitnesscenter, Analysezentrum. Ach, du glaubst es nicht. Man kann auch ganze Einrichtungen sogar schließen. Krasser Shit. Puh, ja, 5.000 ist jetzt natürlich nicht die Welt, aber die nächste Stufe, ich sehe es dann, wären dann 15.000. Also sozusagen, wenn wir jetzt hier updaten, irgendwas versuchen, die Einrichtung abzudaten, dann würde uns das natürlich eine höhere Betriebskosten bringen, aber eigentlich könnte man grundsätzlich das machen. Wir haben schon einen auf Strapazierfähigkeit. Wie sieht es denn aus, wenn ich dann noch einen auch zusätzlich auf den Motor bringen will? Auswählen. Ach, du glaubst es nicht. Herstellung. Oh, Junge, Junge, Junge. Okay, ich sehe schon, das kostet uns ja mega viel Schotter. Oh, Backe. Also, jede Upgrade, also wir haben tatsächlich die verschiedenen Abteilungen hier. Wir können das einmal ganz kurz durchstöbern. Ihr seht gerade, die haben am Motor gearbeitet. Die Jungs sitzen hier an der Aerodynamik. Die sitzen am Chassis. Die, ja gut, das ist hier halt der Personal. Da sitzt jetzt gerade unser Georg höchstpersönlich. Die Marketingabteilung, das Büro haben wir und die Strapazierfähigkeit, die gucken sich tatsächlich die ganzen Daten von dem Wagen an. Das ist ja krass. Und jeder dieser ganzen Geschichten können einfach nochmal massiv aufgebessert werden, in verschiedensten Stufen, mit brutal viel Kohle, die wir brauchen. Und auch, mein Herz geht auf, Freunde. Ich freue mich richtig. Mann, ist das geil. Also, Codemasters, ich ziehe meinen Hut. Ich ziehe meinen Hut. Das habt ihr wirklich echt genial hinbekommen. Das macht richtig Laune. Jetzt schon, Freunde. Also, ich bin begeistert. Okay, ja gut. Da wir gesehen haben, was die ganzen Verbesserungen kostet, wissen wir natürlich, dass wir da nirgendwo hinkommen, weil jede Verbesserung hier ungefähr sich im Rahmen zwischen einer Million und zwei Millionen Euro befindet. Dollar haben wir halt absolut niente von. Nee, oh Gott, hier Sponsoren beziehungsweise fünf Millionen. Boah, da zahlt es sich ja dumm und dämlich. Nee, also das Geld haben wir wirklich beim besten Willen nicht. So, gucken wir die F&E. Das ist die brutale Forschungseinrichtung. Hier können wir das gucken. Hier kannst du verdiente Ressourcenpunkte in den vier Abteilungen anlegen. Gelingen ja als Verbesserung von deinem Motorenhersteller. Sogar auch. Klasse. Wenn deine Einrichtung verbesserst, wirst du in der Lage, sein mehr Abgräts gleichzeitig zu entwickeln. Genau. Also, das, was wir früher per Vertrag ausgehandelt haben, wird es tatsächlich dann wirklich durch die Infrastruktur bestimmt. Was ich übrigens viel, viel geiler finde als irgendwelche Vertragswerte oder so ein Shit, weil das war natürlich schon mal ein bisschen creepy, weil du hast einfach schlechtere Vertragspodien gekriegt, obwohl du gute Leistung gebracht hast. Naja, egal. Und hier die Zeit für die Statsquote, alles können wir reduzieren. Richtig, mega. Forschung und Entwicklung können wir auch. Eine Updates können nicht nur entwickelt werden, sobald andere fertig geworden sind. Beginne in der Mitte und arbeite in der Außen vor. Genau, wo teure und komplizierte Upgrades warten, das kennen wir ja soweit. Ressourcenpunkte, genau, kann man verdienen und das ist der ganz normal F&E-Baum und wie wir sehen, ey, wir starten sogar gar nicht als schlechtes Team hinein. Malte Motor Racing ist auf dem drittletzten Platz sogar, wir sind sogar vor Haas und Williams. Das überrascht mich jetzt mal ein bisschen. Ansonsten können wir ganz kurz durchgucken. Ich habe schon gehört, es gab ein erstes kleines Update schon, was Leistungsergleiche angeht. Also man sieht schon, Ferrari zum Beispiel nicht Top 2, sondern hinter Red Bull zu finden, auch wenn zwar nur knapp. Mercedes für die ganze Geschichte an. McLaren, Best of the West, dahinter dann Renault, Force India, Aqua Racing Point, Studium Racing Point, Alpha Tauri jetzt neuerdings, ja, eben als Torosso, haben sie sich jetzt so umbenannt. Alfa Romeo dann danach. Alfa Romeo ist jetzt ja, oh Gott, ich muss kurz überlegen, was war ein Alfa Romeo vorher? Oh, 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 da bin ich jetzt schon, da bin ich jetzt schon raus. Alfa Romeo, wie hießen die denn vorher? Na, egal. Auf jeden Fall wir dann, Multiple Racing, Haas und dann Williams. Ich dachte echt, wir gehen als schlechtestes rein. Ja gut, dann gucken wir uns den F&E Baum an und gucken mal, was wir hier so ein bisschen haben. Okay, der Baum ist tatsächlich ein bisschen grafisch alles aufgebaut, aber sieht noch relativ ähnlich zu dem aus, was ich kenne. Wir haben schon ein paar vorgefertigte Upgrades drin, ich bin begeistert, das haben wir dann hier. Allgemeine Haltbarkeit haben wir jetzt hier eingebaut, kriege ich dazu mal hier irgendwie eine Beschreibung. Im Bereich, oh, es gibt endlich mal, das habe ich auch immer gestört, Freunde. Früher gab es das ja nur so, dass du halt für diese drei Bereiche hier hattest du immer diese Leistungsanzeige. Dabei gibt es auch eine Leistungsanzeige im Bereich Strapazierfähigkeit. Dort sind wir übrigens Platz 4 in der Rangliste, Freunde, hinter Ferrari, Alfa Romeo und dem Haas-Team. Da sind wir schon ganz gut dabei. So, was kriegen wir denn jetzt hier für eine allgemeine Beschreibung? Erhöht die Strapazierfähigkeit aller Motor- und Getriebswerkkomponenten. Hier haben wir ja genau dasselbe. Ach so, das ist alles das Gleiche. Okay. Und kann man da jetzt was machen? Nee, kann man irgendwie nicht. Das kann man tatsächlich nicht machen. Ich glaube, es hängt, kann es sein, dass die vielleicht hier dann mit dem zusammenhängen, was unsere Forschungsabteilungen so hergeben. Ich gucke, hier vorne haben wir auch jeweils einen davon. Vielleicht, keine Ahnung, ob das irgendwie anders kommt. Turbo-Größe, Beschreibung ansehen. Ach, du glaubst das nicht. Wir haben ja irgendwie so komische Boni jetzt dabei. Also Sekunde, mal ganz kurz nochmal durchschauen. Allgemeine Haltbarkeit. Allgemeine Haltbarkeit. Allgemeine Haltbarkeit. Das ist tatsächlich alles drei dasselbe. So, du bist jetzt hier Turbo-Größe. Durch neue Erneuerung und Teile um ihn herum kann ein größerer Turbolader eingebaut werden. Dann ist größer mehr Luft, was die Zylinderverbrennung verstärkt. Und wir haben hier Ventilstörungen. Okay, das sind also wahrscheinlich so spezielle Bonus-Upgrades, die wir wirklich durch unsere Interviewfragen bekommen haben. Alles klar. So, wir können uns direkt tatsächlich in die Entwicklung unseres Fahrzeugs quetschen. Wir haben ja 1000 Punkte sogar, die wir darauf verschwenden dürfen. Heißt, was haben wir hier? Einmal die MGU-H Strapazierfähigkeit und die MGU-K die Strapazierfähigkeit. Die können wir tatsächlich, ja, eins von beiden können wir sogar schon forschen. Ja, würde ich sagen, fangen wir einmal mit der MGU-H an. Wahleute? 30% Fehlschlagsrisiko, aber wir werden das tatsächlich mal machen. Es gibt sogar tatsächlich schneller entwickeln. Dann braucht man aber eine höhere Stufe dafür. Verstehe. Auswahlwahrscheinlichkeit 30%, auch schon relativ viel, aber egal. Wir werden tatsächlich mal versuchen, dann das Upgrade hierfür zu entwickeln, wenn wir sonst diese Nebendinger nicht machen können. Gut, dann machen wir da tatsächlich was, bringt uns nochmal einen kleinen Schritt, oh Gott, aber einen sehr kleinen Schritt voran, stelle ich gerade fest. Also da waren die kleineren Updates früher größer. Also hier gibt es tatsächlich auch ordentlich was zu tun, stelle ich fest. Das ist tatsächlich nicht ohne. Ja, dann für die Motoren-Upgrades reicht das natürlich nicht. Wir kommen mal kurz gucken, wo wir uns eigentlich in allen Abteilungen befinden. Also vier Bestes sind wir im Bereich Strapazierfähigkeit, im Bereich des Motors. Sind wir unteres Mittelfeld zwischen Williams und McLaren eingekeilt, aber es gibt noch definitiv welche mit schlechterem Motor, aka die Renault und Honda haben. Dann gibt es, oh, Chassis, ja, sind wir drittletztes Team, okay, doch wenigstens vor Haas und Williams. Und im Bereich Frontflüge, Aerodynamik, schon im Aerodynamik, genau, sind wir auch unteres Mittelfeld. Ja, gut, also unteres Mittelfeld, unteres Mittelfeld, schon recht weit hinten und recht weit vorne. Doch, ist okay, ja, kann ich mit leben. Wie gesagt, für mich ist das Strapazierfähigkeit immer ein sehr wichtiges Gut, weil, ja, wisst ihr ja vielleicht aus altbekannten Let's Plays, dass ich da Wert drauf lege, damit wir halt keine Quiddstrafen kassieren, weil Quiddstrafen sind immer schon, finde ich, ein großer Tod innerhalb meiner Karriere. Das kriegst du immer nicht so leicht ausgeglichen. Gut, das heißt also, wir haben es aktiv im Gange bis zum 12. März, doch, bis zum 12. März, die Strapazierfähigkeit der MGU-AIDS schon mal an Start gebracht. Sehr schön. Hier haben wir den alten Verlauf, die gute, alte Grafik. Ja, da sehen wir den ganzen Kram hier nochmal auch aufgelistet. Gut, alles klar, soweit bin ich im Bild. Und dann geht es weiter mit dem Fahrzeug. So, hier haben wir dann, ah, okay, die guten alten Getriebe und die Komponenten. Hier scheint auch alles gleich geblieben zu sein. Ja, genau, hier sieht alles gleich aus. Da muss ich mir keine Sorgen nur machen, das Getriebe auch genau gleiche Geschichten, alles kein Wunder. Und dann haben wir noch die Reifenaufteilung, aber das ist ja auch nicht immer das Thema. Ich fahre nämlich immer mit ausgewogen, von daher ist das Thema durch. So, dann geht es jetzt weiter mit Firma. Was haben wir hier? Ach Gott, okay, hier steht jetzt der Hauptsponsor links. Wir können Sekundärsponsoren noch kriegen. Insgesamt vier Stück. Da ist so ein globaler Ball dran. Ach, das ist das Ansehen wahrscheinlich hier. Genau, die Ansehensstufe. Ah, okay, und mit erhöhter Ansehensstufe können wir dann auch noch weiter Sponsoren an Land ziehen. Sehr schön. Dann haben wir jetzt hier Verträge. Das ist der Vertrag mitsamt dem Boni, den wir haben. Social Media Team, Leistungsanalyse, Medium Coaching. Da haben wir auch so ein Thema Entwicklungsfeedback. Ja, hier haben wir den Marktwert. Wir hatten einen Vertrag mit 132.000 dotiert. Kann das sein? Stimmt das hier vorne? Ablaufdatum 6. Juli. Also dauert noch ein bisschen wahrscheinlich. Wir können mal kurz gucken, was mit dem Fahrerboni angeht mit F2. Hier kannst du das zusätzliche Gehalt, das du ausgehandelt hast, den Fahrerboni anlegen. Jeder Bonus kommt dir selbst und deinem derzeitigen Team zugute. Sie bleiben dir erhalten und machen dich bei zukünftigen Verhandlungen für die Teams attraktiver. Ah, okay. Ach, du glaubst es nicht, aber das kostet auch alles Geld. Junge, 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 Junge. Fahrer können den Anteil ihres ausgehandelten Gehalts, Fahrer können den Anteil ihres ausgehandelten Gehalts, der ihr Grundgehalt übersteigt, einen Fahrerboni anlegen. Erhält ein Fahrer mehr Boni, steigt seinen Wert und seine Gehaltsanforderungen. Als Teamstitter kannst du das Geld des Teams verwenden, um Boni für dich selbst zu kaufen. Verstehe. Also da kann ich tatsächlich Fahrerboni mitholen und bei ihr wird das wahrscheinlich dann von selbst sich irgendwie entwickeln, nehme ich mal schwer an. Okay, bin jetzt irgendwie so einigermaßen im Bild, glaube ich. So, dann geht es weiter mit dem Fahrermarkt. Hier kannst du dir relevante Details zu jedem Fahrer ansehen, Fahrer vergleichen und sie zu deiner Watchlist hinzufügen. Während der Zeit für Vertragsverhandlungen kannst du hier die Fahrer kontaktieren, die du einstellen willst. Okay, sehe schon. Hier kann man tatsächlich dann sehen, was man für Fahrer allesamt sich so holen kann. Da seht ihr aber natürlich die Anerkennungswerte, die man dafür auch braucht, das sind die Ohne und die Gesamtwertung. Also Hamilton zum Beispiel Stärke 94 als mehrfacher Weltmeister natürlich unangefochten. Dann hast du unsere Tatjana mit 56. Könnte besser sein, um es mal vor sie auszudrücken. Wir haben hier ein paar Free Agents noch am Start. Ja, und okay, ja, ein paar mehr Free Agents. Aber mal ganz kurz gucken, was sind die schlechtesten Fahrer hier so im Felde? Giovinazzi hat eine 72. Was mit Latifi? Der dürfte ja auch nicht besonders viel haben, oder? Ah, nu, ich finde den gerade nicht. Wo ist ein Latifi? Free Agent, Free Agent, Free Agent. Hier ist Latifi, 63. Okay, wir kommen doch mit der absolut, wir kommen mit der schlechtesten Fahrer in dem gesamten Feld an. Ja, aber ist okay. Können, können schlimmer sein. Passt schon irgendwie, kriegen wir schon auf die Kette. Wir werden mit der Tatjana das schon irgendwie wuppen. Wir werden da schon irgendwie glücklich werden. So weiter geht's bei den Finanzen. Hier sehen wir die Teambilanz. Wöchentlich kriegen wir, ähm, 200.000. Sehe ich das richtig? Genau. Hier sehen wir tatsächlich alles Bewurfhaltungsmäßige. Verstehe. Ja, doch, damit komme ich klar. Und da haben wir die Finanzchronie. Das kriegen wir nochmal in Grafendarstellung. Hier können wir nochmal Sachen anpassen, Charakter, Teamnamen, Teamfarben, etc. pp. Gut, das kriegen wir auch hin. Und dann ist das letzte, nehme ich mal an, ja schwer, die Rangliste. Genau, hier die Rangliste, die einzelnen Saisongegebennisse. Ach, der guter Trophäenschrank. den brauche ich, Freunde, den finde ich wichtig. Von da aus kann ich mich dann immer wieder schön verabschieden gehen. Das passt dann schon. Rivalitäten. Ach ja, Rivalitäten gibt es ja auch noch, ne? Ähm, genau. Hin und wieder kann die Presse, ein oder andere Fahrer, kann dich die Presse zu einem einen oder anderen Fahrer befragen. Und es wird zugutekommen, wenn du deine Rupen Rivalität verbesserst. Eine Rivalität erstreckt sich über festgelegte Anzahl an Rennwochenenden. Und der Fahrer, der am Ende die höhere Punktzahl hat, wird zum Sieger erklärt. Du kannst die Rivalitätspunkte im Qualifying beim Rennen halten, schnell besser als deine Rivale, um die höhere Punkte zu erreichen. Der Gewinn der Rivalität hat einen Anerkennungszuwachs. Geh in der Rivalität. Unentschieden aushalten beide Fahrer die Hälfte der Anerkennung. Alles klar. Und dann können wir hier tatsächlich, kriegen wir demnächst mal irgendwelche Rivalen. Der gute Georg Gärtner hier. Alles klar. Bin soweit dem Ganzen, ja, bewusst. Und hier ist dann nochmal dann die Gesamtbilanz. Alles klar. Hier seht ihr also nochmal den guten Georg. Gut. Okay. Damit würde ich sagen, haben wir es dann auch für heute geschafft. Mehr kann ich jetzt euch heute erstmal nicht bieten. Also kein Racing heute, sondern tatsächlich reines Geblub und Gelapp. Aber Freunde, beim nächsten Mal bin ich mir sicher, schaffen wir es dann zumindest den großen Preis dann von Australien endlich mal Angriff zu nehmen. Das wünsche ich mir doch sehr. Ja, ich hoffe, es hat euch diese erste doch recht lange Folge auch gefallen. Aber, ja, anders ging das jetzt nicht. Ich fühle mich auch ein bisschen erschlagen. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr. Also es macht sehr, sehr viel Spaß, was ich hier so zu sehen bekomme. Und ich freue mich einfach drauf, mit euch jetzt hier gemeinsam loszulegen. Also mit Malte Mo Motor Racing. Und ja, das heißt also, ich wünsche euch einen schönen Tag, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Könnt ihr mal Feedback nochmal hinterlassen, hier, wie diese ganze Sache hier steht. Ich freue mich, wie gesagt, wirklich wie ein Wiener Schnitzel. Und ja, dementsprechend bin ich für heute raus. Gut, dann würde ich sagen, bleibt gespannt, Freunde. Ich muss mal gucken. Ich werde jetzt versuchen, so viele Folgen erstmal an den Start zu kriegen, wie möglich. Ich kann euch noch kein festes Schema-Tatter sagen. Lasst euch da einfach erstmal überraschen. Also eine Folge pro Woche kommt mindestens. Vielleicht zwischendurch auch mal mehr. Müssen wir mal gucken, nachdem, wie ich da in der Produktion mit klarkomme. Gut, das war's. Das ist aber von meiner Seite aus für heute. Ich bitte auch mit der ganze Zeit draußen bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Wünsche ich euch einen schönen Tag. Haltet die Ohren steif. Haut rein. Und ciao. Hat dir das Video gefallen und würdest du da gerne mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab einem Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen einen Euro geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.